Blockchain ist eine Datenbank, in die man nur schreiben kann. Es können keine Einträge manipuliert werden, da die Datenbank auf hunderten unabhängigen Servern gespeichert ist. Das bedeutet, die Datenbank ist dezentral. Würde man einen Wert ändern, würde dies sofort auffallen. In der Regel sind die Einträge auf der Blockchain Finanztransaktionen. Vorteile der Dezentralisierung sind, es gibt keinen Mittelsmann, keine zentrale Instanz, eine solche wäre nämlich ein Single Point of Failure, jeder kann teilnehmen, Robustheit, Fehlertoleranz, kein Problem, wenn ein Server ausfällt, weil hunderte andere noch laufen. Community hat Mitbestimmungsrecht. Nachteile sind, dass Daten wiederholt auf den Node, auf den Server gespeichert werden. Die Server konsumieren viel Energie, Festplattenspeicher, Arbeitsspeicher und Prozessorleistung. Welche Rolle spielt der Konsensusalgorithmus? Server schreiben Transaktionen, doch was, wenn ein Server eine Transaktion mit 1000 ADA in seine Ledger, in seine Datenbank schreibt? 1000 andere wiederum notieren sich eine Transaktion im Wert von 10 ADA. Wer hat recht? Die Mehrheit, die sagt 10 oder der eine, der sagt, es waren 1000? Um solche Forks zu vermeiden, benötigt man deshalb einen sogenannten Konsensusalgorithmus, welcher bestimmt, welcher Server den nächsten Block auf die Blockchain schreiben darf. Beim Proof-of-Work-Konzept werden kryptografische Puzzle gelöst, so wie bei Bitcoin, Litecoin und so weiter. Die erste bzw. schnellste Person, die das Puzzle gelöst hat, darf den nächsten Block schreiben. Das Problem ist der hohe Energieverbrauch der Serverfarmen, welche oft in China von Kraftwerken und Fabriken illegal Strom abzweigen. Man sagt, dass der Energieverbrauch etwa 0,2% des weltweiten Verbrauchs entspricht. Proof-of-Stake. Hier kommt die virtuelle Lotterien ins Spiel. Der Gewinner der Lotterie, bei der unter anderem Stake und Server-Performance berücksichtigt werden, darf den nächsten Block schreiben. Dieses System ist so lange sicher, solange die Mehrheit der Teilnehmer ehrlich sind. Stake ist der Anteil an ADA, den man besitzt. Ein höherer Stake sowie die Server-Performance bedeuten in der Lotterie eine höhere Chance, die Lotterie zu gewinnen und Rewards zu verdienen. Delegation an Stakepool. Du hast gerade gehört, dass Server-Performance eine wichtige Rolle spielt. Da du aber mit deinem Wallet nicht 24-7 online bist und dir das Know-how oder die Zeit fehlt, um einen eigenen Server zu betreiben, hast du die Möglichkeit, dieses Online-Sein an einen Stakepool auszulagern. Du kannst sagen, hey Stakepool, du betreibst doch einen Server, der 24-7 online ist. Ich habe einen Stake von 1000 ADA, könntest du für mich an der Lotterie teilnehmen. Der Stakepool-Betreiber wird sagen, hey kein Problem, wenn du Rewards bekommst für dein Kapital, dann wäre es aber fair, wenn ich einen kleinen Prozentsatz abzweige, weil ich hier die Arbeit habe. So kannst du dir Rewards erwirtschaften, ohne einen eigenen Stakepool betreiben zu müssen. Die Rewards sind proportional zum Stake. Der Stakepool-Betreiber erhält einen Anteil der Rewards. Pool-Performance spielt eine Rolle. Ein Pool, der oft und lange ausfällt, ist weniger zuverlässig, als ein Pool, der ständig online ist. Höhere Blatch bedeutet außerdem höhere Rewards. Pool-Sättigung bedeutet, dass Takepools nicht zu groß werden können. Einzigartig an Cardano ist der wissenschaftliche Ansatz. Wissenschaftliche Mitarbeiter von Input-Output Hongkong verfolgen zusammen mit Universitäten einen Peer-Review-Ansatz, bei dem Konzepte von Wissenschaftlern aus der ganzen Welt gegengeprüft und abgenommen werden.